Hey! Pokémon Schild und Schwert sind ja jetzt schon seit ein paar Tagen draußen und deswegen wollte ich mal die Gelegenheit nutzen, mit euch über ein paar der Pokémon Designs zu sprechen. Es gab ja im Vorhinein schon einige Kontroversen um die Spiele, allerdings werde ich auf die in diesem Video jetzt überhaupt nicht eingehen. Ich persönlich hatte sehr viel Spaß damit die Spiele zu spielen und für mich ist das die Hauptsache. Insgesamt wurden in Schild und Schwert 81 neue Pokémon eingeführt, was meiner Meinung nach ein bisschen wenig ist. Allerdings wurde der Pokédex ja auch durch viele alte Pokémon aufgefüllt. Bei der Art der Pokémon haben sich Game Freak wieder mal an ihre eigene Formel gehalten, das heißt wir haben ganz klassisch einen Pflanzen-, ein Wasser-, einen Feuerstarter, das ist ja auch schon relativ lang bekannt. Wir haben die klassische Käfer-Entwicklungsreihe um Sensect rum, wir haben den klassischen Normaltyp-VM-Sklaven, den es früh zu fangen gibt und zwar Raffel bzw. seine Weiterentwicklung Schlaraffel. Wir haben ganz klassisch die Vogel-Pokémon, also Mikro, Kranowitz, Kramor. Wir haben die dreistufige starke Drachen-Pokémon-Entwicklungsreihe, die es erst spät im Spiel zu fangen gibt und wir haben den obligatorischen Pikachu-Klon. Des Weiteren gibt es, was mich persönlich sehr überrascht hat, nur drei legendäre Pokémon. Ich persönlich finde das wahnsinnig gut, gerade nach der Übersättigung an legendären Pokémon, die wir in der siebten Generation hatten. Allerdings habe ich tatsächlich damit gerechnet, dass später noch ein bisschen mehr kommt. Ja, es gibt im Galadex noch mehr legendäre Pokémon, die später vermutlich durch Events, hoffentlich durch Events und nicht durch, Hey, ich bin ein Trainer im Pokémon Center, hier hast du ein legendäres Pokémon, zack, ich drück's dir in die Hand, erhalten werden können. Allerdings sind das alles legendäre Pokémon aus vorherigen Generationen, also die es eben schon recht lange gibt. Aber reden wir hier nicht über die Menge der Pokémon, sondern um deren Qualität. Und ich habe das Gefühl, bei Schild und Schwert schwanken die Designs der Pokémon zwischen Genie und Wahnsinn. Es ist ein wahnsinnig zweischneidiges Schwert. Zum einen haben wir Entwicklungsreihen, wie die um Mikro, Kranowitz, Kramor, was supergeile Pokémon sind, bin ich ein riesen Fan von. Und direkt danach haben wir die Reihe um Sensek, Kerada und Maritalit oder wie das Ding heißt. Ich kann's mir nicht mal merken, dass, sobald es seine letzte Entwicklungsstufe hatte, bei mir sofort aus dem Team geworfen wurde, weil ich das Design einfach schrecklich finde. Ich find, sinnbildlich für das Ganze steht die Knapfel-Entwicklungsreihe. Ich dachte mir zuerst so, Knapfel, hä, was ist das? Aber dann entwickelt sich einmal zu Drapfel, was vom Design her ein wahnsinnig gutes Pokémon ist. Ich liebe Drapfel, aber alternativ entwickelt es sich auch zu Schlapfel und Schlapfel ist halt genau das Gegenteil. Es existiert, es ist da und es ist vom Design her ziemlich mäh. Und das ist nicht das einzige Beispiel. Wir haben zum Beispiel auch die Entwicklungsreihe um Brimoba direkt gegenübergestellt zu der Entwicklungsreihe von Bämon. Die Brimoba-Entwicklungsreihe ist einfach wahnsinnig gut. Die Pokémon gefallen mir vom Design her. Super, man merkt, da sind viele Gedanken reingeflossen. Und dann haben wir nebendran Bämon und die Entwicklungsreihe. Und ich denk mir halt so, was soll das sein? Hattet ihr nicht genug Zeit, um gescheite Pokémon zu designen? Des Weiteren hätte ich mir auch noch gewünscht, dass zweistufige Entwicklungsreihen von Pokémon mit wahnsinnig gutem Design noch eine dritte Stufe der Entwicklung dazubekommen hätten. Wie jetzt zum Beispiel Belektro oder auch meiner Meinung nach ist Karmalm dazu prädestiniert, noch eine Weiterentwicklung zu kriegen. Diese fehlt leider. Oder auch Urgel. Urgel hat ein super cooles Konzept, aber meiner Meinung nach fehlt ihm einfach eine Weiterentwicklung. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich ziemlich coole Weiterentwicklungen, auch von Pokémon, die es schon relativ lange gibt. Und die schon lange auf ihre Entwicklung warten. So haben wir zum Beispiel Varikadax als Weiterentwicklung von Geradax, Gorgason als Weiterentwicklung von Corazon oder Lauchzelot als Weiterentwicklung von Porenta. Mein persönliches Highlight der Galaformen bleibt aber Ochnatol als Entwicklung der Galaform von Makabaya. Und damit kann ich jetzt auch perfekt zu meinem letzten Punkt überleiten, und zwar Entwicklungsmethoden. Und oh boy, haben sich Game Freak da mal wieder was ausgedacht. So kann sich zum Beispiel die Galaform von Makabaya nur zu Ochnatol entwickeln, wenn es mindestens 49 kp Schaden erlitten hat und man nachts die Mitte des Sandsturmkessels betritt. Oder schauen wir uns mal Lauchzelot an. Porenta kann sich nur entwickeln, wenn es innerhalb von einem Kampf drei kritische Treffer landet. Auch sehr cool finde ich die Entwicklung von Knapfel. Und zwar kann sich Knapfel zweimal entwickeln, entweder zu Drapfel oder zu Schlapfel. Dies hängt davon ab, ob man ihm einen sauren oder einen süßen Apfel zu fressen gibt. Die Äpfel sind hierbei Versions exklusiv, können allerdings auch auf die anderen Spiele übertragen werden. Um zu meinem Fazit zu kommen, Schild und Schwert hat viele großartige Pokémon-Designs, allerdings auch einige, die leider ziemlich in die Hose gegangen sind. Man sieht, dass die Ideen da waren, allerdings scheint das Team ziemlich unter Zeitdruck gestanden zu haben. Deshalb, Game Freak, ihr müsst nicht jedes Jahr ein neues Pokémon-Spiel rausbringen. Ich weiß, ja, es bringt wahnsinnig viel Geld ein, aber darunter leidet die Qualität der Spiele und es macht mich so traurig zu sehen, was Schild und Schwert hätte werden können und was wir im Endeffekt bekommen haben. Ich meine, es ist nicht schlecht, aber es hätte so viel besser sein können. Was ist eure Meinung zu den neuen Pokémon? Schreibt es mir mal in die Kommentare, würde mich wahnsinnig interessieren. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Okay.